Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Heute mal oberkörperfrei, denn in diesem Video zeige ich euch, wie viel Deo ich verbrauchen muss, bevor ich ein T-Shirt anziehe, um nicht nach vergammelten Schimmel zu riechen. So, das hier ist die Deo Flasche und ich gehe jetzt hinten zum Spiegel hinter euch das alles auch beobachten kann. Und ich weiß nicht, ob diese Flasche hier ausreichen wird, denn es ist immer so verschieden. Los geht's. Erst wird geschüttelt und los geht's. So. 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 Die erste Achselhöhle ist voll gesprüht. Nun zur nächsten. So. 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 so ein kleiner rest ist noch drin was mache ich jetzt mit dem rest das ich denke mal ich verspüle den rest auf dem körper je mehr pio desto besser so immer noch ein kleiner rest drin hätte ich jetzt echt nicht gedacht manchmal verbrauche ich die ganze flasche komplett das mal im rest drin ist ist ziemlich selten so das war es jetzt auch von meinem kurzen video in dem ich zeige wie viel deo ich verbrauche ich hoffe euch hat das video irgendwie unterhalten und auch ein bisschen aufgeklärt und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt wartet noch